So, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich ein Video gemacht habe. Eine Woche ungefähr, obwohl es eigentlich ist eine gute Zeit, dass man jede Woche ein Video bringt, würde ich sagen. Vor allem jetzt, wenn dann auch hier in Bayern die Schule wieder losgeht und ich nicht so viel Zeit habe. Ja, ich bin natürlich auf dem Feld unterwegs. Da oben ist eine Stromleitung, die stört aber nicht allzu doll. Ich habe schon Frequenzen und so gewechselt. Ja, wie man sieht, da ist unser Auto. Ich bin wirklich. Es sind vielleicht drei Meter maximal. Jetzt hatte ich hier ein 40er Signal. Und was soll man dazu sagen? Es ist der erste Fund. Dann kommt sowas. Ich war auch gerade schon mit meinem Vater. Also es ist auf jeden Fall eine Pfeilspitze. Obwohl hier in der Nähe eigentlich nichts ist, was irgendwie an Boden denkt. Mal weit und breit ist hier nichts. Ja, Bronze müsste das sein. Gleich der erste Fund. Ich bin wirklich. Hier sehen wir meine Fußabdrücke. Ich bin wirklich nur so weit gelaufen. Ich wollte eigentlich erst beim guten Fund filmen, weil ich dachte, der kommt vielleicht in der nächsten Reihe oder so. Ja, aber ist ganz anders gelaufen. Eine Pfeilspitze. Ist echt geil. So als erster Fund. War ein 40er Signal. Ich kann sie nochmal gucken. Ah, jetzt kommt es mit 51 rein. Ja, ist auf jeden Fall ein nicer Fund. Den tue ich ins Kollenpad. Ja, würde ich sagen. Weiter geht's. Jetzt wurde man gerade von einem kleinen Regenschauer überrascht. Es geht jetzt weiter. Ich laufe wieder an die Stelle, wo ich gerade aufgehört habe. Ja, und ich merke, es fängt wieder an. Na, ganz toll. Ja, auf jeden Fall probiere ich jetzt weiterzumachen, sodass ich nicht allzu nass werde. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. So, Freunde, ich habe jetzt meinen Brusco wieder vergessen, außer es in dem Auto. Es geht jetzt auch noch kurz so. Ich habe ein Oberflächensignal. Es hat zu regnen aufgehört, zum Glück. Und was sieht mir aus? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Mann, fokussier doch. Ey, komm schon. So, was ist das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es an der Oberfläche. Keine Ahnung, es tut mir leid, falls man es jetzt nicht gut erkennt. Ich gucke auf jeden Fall ein Bild, vielleicht so eine Art Heiligenanhänger oder so. Jo, ich mache jetzt weiter. Und dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, hier ist das nächste Oberflächensignal. Pinpointer schalte ich an. Hier soll es sein, irgendwo. Ach so. Da, mal gucken. Ach, hier liegt es schon. Jo, und ein Deckel. So, es nieselt immer noch ganz leicht. Das ist aber trotzdem, wir haben hier ein Signal. Da soll es irgendwo sein. Wenn nicht da genau ein Stein wäre. So. Jetzt ist es weg. Oh Gott. Spaten ist es auch nicht. Ne, es ist nicht weg. Ich war einfach nur zu blöd. So, schauen wir mal. Was wir hier denn haben. Peace on. Oh, ich habe was Grünes gesehen. Oder ne, das ist ein... Doch, das ist es. So. Was ist das? Ich bin ehrlich. Ich weiß es nicht. Äh, jo. Genau. Steinartiges Eisenobjekt, Metallobjekt. Keine Ahnung. Irgendwas wird es sein. Für mich ist es Schrott. Dann würde ich sagen, weiter geht es in diesem Regen. Die Signale, die ich hier habe, sind mir eigentlich immer so am liebsten. Schön klare 70er Signal. Ton ist zwar nicht so gut, aber sollte schon funktionieren. Soll immer noch drin sein. So. Pinpointer. Ja, vergraben kann man sich natürlich auch. Ach, hier, da klebt es schon drin. Es ist was Rundes. Jetzt zeige ich euch hier die Signale. Die sind mir am liebsten. Ich hole euch mal näher hin. So, wenn ich euch irgendwie rauskriege. Perfekt. So. Hier unten. Soll es sein. Es ist ein Knopf. Oh, schade. Ich hätte gedacht, das ist eine Münze. Ja, nichts zu erkennen. Öse ist auch noch relativ nicht mehr da. Aber, ja, deswegen sage ich ja, diese 70er Signale sind mir am liebsten. Und würde ich sagen, weiter geht's. Sonst bin ich hier gerade langgelaufen. Habe ich geschwenkt. Schönes 82er-Signal. Und ich sehe es auch schon. Es ist eine Münze. Die war ganz an der Oberfläche. Müsste ein Reichsfennig sein, genau. Ja, kann ich es leider nicht erkennen. Sieht aber, weil die hier außen so einen Kreis hat, sieht die schon älter aus. Also nicht älter, sondern jünger dann quasi. Nach 1900. Kommt man auf jeden Fall zu den anderen Funden ins Coin-Pad. Und laufe ich weiter. Und dann, hoffentlich kommen hier noch ein paar gute Funde. Aber ich laufe jetzt eher kreuz und quer, weil hier nicht mehr so viel geht. Das war jetzt einfach Zufall, dass ich hier drüber gelaufen bin. Trotzdem, weiter geht's. So, nach dem Monte-Monica-Stimmblättchen. Sehr weit oben. Von 76 bis 78 war es, glaube ich. Mal gucken. Ich schwitze. Da soll es sein. Jetzt müsste es doch eigentlich hier oben drin sein, oder? Schau mal einfach mal. Nee, da nicht. Ist immer noch ein Boden drin. Ist es jetzt draußen. Oder am Spaten steht es auch nicht. Oh Gott. Das ist immer das. Wenn es nicht findet. Ich fall hier gleich um, immer. Geht der Pinpointer? Ja, der Pinpointer geht, aber... Ich finde das Objekt nicht. Hier soll es drin sein. So. Und es ist rund. Es ist rund. Nur was rund es ist. Was wird es hier jetzt nachher ausstellen. Ein Knopf. Ja. Ist doch was Schönes. Münze wäre mir natürlich lieber. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ist ein schöner Knopf. Mann, wieso fokussierst du denn nicht, ey? Ich zeig mich hier mal auf. So. Komm mal ins Coimpad. Ich kann nicht wohnen, neben mir läuft gerade mein Vater mit seinem Detektor. Deswegen, da laufen Piepsen zwei Detektoren. Aber wenn ich mein Coimpad wieder reinkriegen würde. So. Mach ich weiter. Ist doch ein schöner Fund. Fehlt man einmal nicht, findet man einen Wicht. Ne. Ist ein Heiligenanhänger. Jo. Ist ein schöner Heiligenanhänger. Es war halt so ein hohes Signal. Deswegen habe ich mir wieder gedacht, eine Tube oder so. Jo. Schön. Ist ein guter Fund. Wie ich sagen, machen wir weiter und schauen, dass vielleicht noch ein bisschen was kommt. Zu lange will man auch nicht mehr machen. Aber vielleicht kommt ja noch was in den letzten paar Minuten. Die letzten Signale, wo ich gefilmt hatte, waren nur Schrott. Oder, ne, ich hab's hier gar nicht gefilmt. Ich mein, die letzten Signale, die ich nicht gezeigt hab, waren immer so 90, waren immer Schrott. Aber jetzt habe ich immer ein eigentlich relativ stabiles. Siebenundsiebziger. Das hört sich doch gut an. Ja, die Frage ist, ob es denn was Gutes wird. Aber das sehen wir dann. Das ist schon draußen. Das muss was heißen. Hoffe ich mal. So, der rutscht nicht runter. Bleib liegen. Und ich seh schon, wie er rutscht. Na, ist ja egal. So, da alle. Hier oben soll es drin sein. Und das ist was Gutes. Seht ihr das? Es ist was Gutes. Es müssten fünf Rentenpfennig sein. Von 1925. Nee, dann sind es fünf Reichspfennig. Genau. Weil 1924 waren es ja Rentenpfennig. Dann sind sie zu Reichspfennig geworden. Ein Detektor rutscht ganz leicht drunter, aber ich würde schon nicht abrutschen. Eine Münze. War doch gut, dass ich das jetzt gefilmt habe. Jo, würde ich sagen, das kommt ins Coinpad. Und weiter geht's. Hiermit ist das Video schon auch beendet. Der Detektor ist ausgeschalten. Ja, genau. Was gibt's zu sagen? Heute war eigentlich für das, dass... Mann ey, wieso passiert's immer mir? Naja, egal. Ich fand's sehr geil, dass ich mal eine erste Pfeilspitze hab. So was hab ich noch nie gefunden. Dann waren ein paar schöne Pfunde dabei. Jetzt noch zum Schluss die vom Fremdenpfennig oder Reichspfennig. Dann der eine Reichspfennig, paar Knöpfe und so. Alles wirklich schön. Alles in allem war eigentlich eine ganz geile Tour heute. Lasst gern ein Like, wenn sie euch genauso gefallen hat wie mir. Jo, und dann wenn ich dieses Video hochgeladen habe und ihr euch's vielleicht anschaut, werde ich schon mit meinem Kumpel dann auf Sonnwild Tour sein, wo dann auch ein Video entstehen wird. Und er dann mit dem Quest Q30, also mit meinem alten und ich mit dem hier. Ja, mal schauen, was wir da alles finden. Und würde ich sagen, hau da rein. Und bis zum nächsten Video.